Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu Black Ops 3 Multiplayer-Beta. Wir zocken eine weitere Runde jetzt. Und irgendwie habe ich den Eindruck, man findet nur noch Spiele, die am Laufen sind. Ich finde nur noch Spiele, die am Laufen sind. Ich hatte vorhin eins, wo ich reingekommen bin, 3 zu 130. Nein! Mann, Alter. Aber schön, Leute, dass ihr wieder am Start seid. Und ich muss sagen, ihr liked so krass die Videos, Leute. Was ist los, Alter? Das ist so heftig. Ihr seid einfach mit Abstand die aktivsten aktuell. Also, wenn ihr weiterhin sehen wollt, wie ich hier mir irgendwas zusammengamble, dann liked einfach weiter, Leute. Das ist so krass. Und scheiß. Direkt von euch. Weil sonst passiert sowas. Wollt ihr das? Das wollte du nicht, oder? So. Aufklärer ausgeschaltet. Stellung abgeriegelt. Stellung verloren. Stellung gehört uns. Feindliches ohne näher zu... Hab ich nicht, du kleiner Lumpen, du. Stellung identifiziert. Feinde haben die Stellung erobert. Mann, ey! Was zur Hölle, ey! What? Ist klar, mit einer Pistole... Was ist das für eine kranke Pistole, Alter? Kleiner... Pisser, ey! Stellung abgeriegelt. Stellung umkämpft. Hellstorm unterwegs. Von wo kommen sie denn jetzt? Verbündete Drohne nähert sich. Ich weiß nicht, ich will es nur mal sagen. Aber den hätte ich schrauben müssen. Egal. Ich bin scheiße. Was soll's. Feindlicher Hellstorm unterwegs. Räuchert sie aus. What the... Wo kommt das überhaupt rein? Ach, da sind Löcher oben in der Decke. Stellung umkämpft. Stellung verloren. Drohne nähert sich. Feinde haben die Stellung. Feindliche Drohne gesichert. Mein Gott, ey. Manchmal... Manchmal können sie auch sterben, ne? Ohoho! Yo, ist klar, Junge. Ist klar. Outrider neutralisiert. Komm schon. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Was? Wieso treffe ich denn keinen mit der verkackten Drecksgranate? Stellung gehört uns. Die Artilie ist hin. Und schon wieder ein Assist, Alter. Ich kotze ab. Feindliche Drohne nähert sich. Stellung identifiziert. Feinde haben die Stellung. Achtung. Feindliche Drohne nähert sich. Oh Mann, Leute. Stellung gehört uns. Ich bin so verwirrt. Stellung umkämpft. Stellung umkämpft. Stellung verloren. Oh Mann, ey. Feinde gehört uns. Stellung verloren. Kommando, benötiger Aus... Meine Hände sind so am schwitzen, Junge. Als wenn ich in der... Ach, egal. Ich sag's nicht. Feinde haben unsere Drohne zerstört. Ist mir so scheißegal. Ich renne einfach rein wie der letzte Spast. Ist mir scheißegal. Splitter Granate! Das ist eine herbe Enttäuschung. Scharfschütze, runter! Angriffseinheit erledigt. Kleiner Bastard einfach nur. Der Typ ist ein richtiges Stück Scheiße auf jeden Fall. Stellung identifiziert. Feinde haben die Stellung. Alter, ruckelt der durch die Gegend. Habt ihr gesehen, wie der eine durch die Gegend gerogelt ist? What the fuck, Mann? Was passiert hier eigentlich? Ich raff nicht mal, was passiert. Ich fall einfach um. Feindliche Vorräte von... Feindliche Drohne gesichtet. Stellung abgeriegelt. Stellung gehört uns. Mehrere feindliche Drohnen gesichtet. Drohne nähert sich. Feinde haben die Stellung. Boah, Leute. Man merkt einfach, wann ich mich konzentriere und wann ich einfach nur dumm und scheiße bin. Und hässlich auch noch. Stellung abgeriegelt. Stellung umkämpft. Stellung verloren. Ey, ich bin am schwitzen wie der letzte Bastard, ey. Also an den Händen. Aktuell ist es ja zum Glück nicht mehr so warm. Ich sag mal so, Sommer ist eigentlich ganz geil. Gerade für uns Jungs. Ey, ich fall schon wieder um. Ihr wisst, was ich meine, Jungs. Ihr wisst einfach genau, was ich meine, wenn es gut ist für uns, wenn es warm ist. Aber so 40 Grad oder so. Das ist einfach nur eigentlich. Oh, shit. Stellung identifiziert. Feinde haben die Stellung erobert. Lass mich rein. Ich renne einfach rein. Das ist mir scheißegal. Fuck, da hat einer gewartet. Oh, Mann, nein, Leute. Es geht einfach besser. Die Artillerie ist hin. So, Leute. Ich renne jetzt nochmal. Ach, du kleiner Bastard, Junge. Habe ich es dir gegeben, Junge. Mieses Stück Scheiße, Alter. Äh, was wollte ich sagen? Ja, ich hänge jetzt nochmal eine Runde mehr dran. Einmal so als kleines Dankeschön für euch. Und weil es auch ein bisschen groß war jetzt hier die Stellung. Das Stellungsspielen. Kann man das schon mal machen, ne? Es ist... Und ich werde als erstes wieder von hinten gefickt. Geil, Mann. Ich stehe da so drauf, wenn die von hinten kommen. Ohne Wiss, Leute. Ich schmier mir immer meinen Arschlo mit Butter ein. Das ist so geil. Ohne Wiss, Leute. Profit Abschuss. Feindliche Drohne gesichtet. Drohne nähert sich. Feindliche Drohne nähert sich. Oh, Junge. Feindliche Vorräte über uns. Warum ist der nicht gestorben, Leute? Kann mir das vielleicht jemand erklären? Ich war immer in der Meinung, das würde reichen. Also für mich hätte es auf jeden Fall gereicht. Damit ich umkippe und sterbe. Hat sich gelohnt, nur auf mich das abzufolgen. Sag mal. Leute. Warum eigentlich? Ich glaube schon. Oh, fuck. Oh, fuck, Leute. Die fick ich von hinten. Nein, ich habe nicht einen einzigen geholt. Zack, zack, Junge. Ich boxe mich gleich selber. Ich drehe durch. Ich drehe durch einfach. Junge, ich bin an den Händen so am schwitzen, Alter. Warum eigentlich? Erledigt. Es macht einfach so saubock, ständig nur von hinten zerfickt zu werden. Schon wieder von hinten. Es ist einfach nicht. Oh, Leute. Ich heule gleich ohne Wiss. Da sind unterwegs. Oh, não. Achtung, Feind. Die Drohne nähert sich. Die Drohne nähert sich. Geh schon, komm schon jetzt. Die Drohne nähert sich. Der war, der musste sein. Der musste einfach sein. Boah, Junge, strich voll durch, Alter. Leute, ich bin so ein Stück Scheiße. Die Sensoren erfassen das Ziel. Das wird eine Niederlage mehr anstrengen. Drohne nähert sich. Vollstrecker erledigt. Drohnenmissionszeit bei 50 Minuten. Ich bin so ein Stück Scheiße. 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 Das ist einfach. Wieder von der Seite, Mann. Das ist doch einfach. Oh, komm, komm, komm. Man, ey, Leute. Egal, haut rein, das hat eh gerade geklingelt. Lasst ein Like da. Ciao. Egal, haut rein.